hallo und herzlich willkommen in der neuen folge space engineers mit dem verrückten miraguli der mit seinem schiff lang heizt warum auch immer und soker der da unsere plattform wieder reparieren muss weil das schiff kaputt gemacht hat ja bin ein bisschen zu doll aufgesetzt das hört sich ja so an als ob der black piccolo nett wäre und gut wäre hier sicher schon immer so gewesen so ja dann mach mal hier das loch er macht das loch weiter und ich hole mal das mining schiff dann kann ich den rest begradigen wir wollen ja das ding bauen für unsere raumschiffe landestation unsere landestation unser hangar quasi genau richtig so kumale weiter da ist das macht mir richtig spaß da ja dann sollte mir raguli keine waffen in die hand geben mal gucken was habe ich denn hier kontrollfeld scheinwerfer sind an intensität voll alter dieser scheiß sound-effekt kann er noch nicht angst machen ja aber ich bin mal vor den schock dann vor dem geraguli ist so unberechenbar stimmt aber ich mach mich voll schlecht hier die frage ist sollen wir es noch höher bauen oder meinst du das reicht guck mal du hast ja da eigentlich schon fettes schiff oder wir denke ich mal eigentlich müsste es noch höher weiter runter oder ein kleines stück runter höher noch gebaut werden weil wir ja nicht nur so einen kleinen schiff haben oder ja das ist ja nur für jäger und sowas also die großen schiffe kommen wir irgendwo draußen dann deponieren ja die sonne e nach oben auf der plattform die großen schiffe oder die sollen so groß sein dass sie sich selber verteidigen können ja mach weiter wo wartest du ach so ja ich weiß nicht wo soll ich denn weiter ausbauen einfach weiter zu den seiten aus würde ich sagen ach so richtig aha und weiter 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 schießen ja hatte sie sich hat ich guck mal hin ja bist du sicher ja ich bin mir sehr sicher ok gut perfekt ist sie noch mehr sicher ja jetzt weiter nach rechts aber rechts das letzte grad selber stimme nach rechts nicht mehr links wie meinst du mich ja dich natürlich so ist der mit dem raketenwerfer so wir haben einen neuen spieler dabei das ist der black piccolo er hat eine cyber stimme bei mir ruckelt der server ok das war speicherung auto speicherung was ist los warum stehst du hier im weltraum ich kann nicht mehr schießen wie warum nicht mehr was jetzt würdest du sagen du hast 50 raketen geballert ja ja er braucht wieder eine halbe stunde bis er wieder schießen kann ja ich glaube auch so ich fliege schon mal da rein und begradige das mal ja ja mach das mal so also herzlich willkommen heute ist blackpick überzeihbar immer noch oder was ich hab's doch grad ja teilweise ja komisch ja wieso kann ich denn hier nächstes mal reinpacken so das beratigend eigentlich relativ zügig mit dem mining schiff muss ich gerade voll komisch bei mir an warum ob irgendjemandem gegen hält dauerhaft das bin wahrscheinlich ich weil ich irgendwie und wie kann ich meine sachen nicht mehr wegpacken warum nicht weiß ich nicht bei mir hast du immer noch eine zeitbestimme system ist ja der black piccolo ist heute zum roboter geworden wie kommen wir nicht hier vorwärts ja das hängt das spiel was habt ihr denn für probleme alter bei mir läuft alles flüssig bei mir funktionieren noch nicht mal deine ähm ähm das ist schon deine bohrer bei mir fliegst du bald gegen ja probleme so bauen wir euch das hier alles noch gerade sieht doch schon viel besser aus also ihr seht das ja gerade selber bei mir dutscht übergegen ein bisschen dann ist da mal ein bisschen den astroiden drin läuft ja du hast sowieso immer vor die komischen bugs ja sie die eine folge ich weiß nur nicht welche zahl das jetzt ist mal gucken wie weit sind wir hier ich nur noch den boden begradigen obwohl das machst du besser oder naja ich denke man das machen wir per hand oder ja du kannst ja das größte da oben abnehmen also gesehen das war bei mir machst du da gar nichts ab bei mir fliegst du dagegen aber ansonsten ist alles gut ich glaube ich verlasse kurz mal das spielen was stimmt hier nämlich nicht das ist gerade witzig irgendwie was naja bei mir baust du gar nichts ab bei mir brichst du da voll rein bei mir ist das naja was ist das denn jetzt hier die kameraperspektive hat sich irgendwie geändert wenn ich zu tief in dem berg drin bin dann wechselt die kameraperspektive in die ich perspektive und das ist richtig scheiße bei mir hast du dich gerade voll im boden rein gerettet ja da bin ich auch quasi guck mal er hat hier voll das große loch gemacht das war ich nicht ich habe eine schlechte nachricht was denn der selber antwortet nicht musst du noch mal versuchen das hatte ich ja auch vorhin mit timeout ne 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 das war kein timeout ich pack bei mir im boden rum ich würde sagen das grobe ist jetzt weg also er meinte das grobe ist jetzt weg wieso weil man es kaum verstanden hat ok ja wie geil ey ich gucke dir gerne zu dabei dass du da gar nichts weg haust und so ne also bei mir ist die ganze höhle ausgebaut bei mir nicht bei mir sieht es immer noch aus wie eine höhle also ich komme nicht drauf ok ja die folge ist dann mal ohne soka das finde ich nicht nett so ich lege hier mal wieder raus es ist mir zu eng alles hier obwohl wir das hier eigentlich auch noch weg machen müssten warte mal wieso lassen kann man doch so lassen oder weiß ich nicht so ein bisschen vielleicht mir ist es egal ich sehe nicht ich sehe nichts ob du da was abmachst aber doch ich meine wenigstens dass es mit der mit der decke abwindet weißt du ja die decke ist ja höher als der ausgang wie heißt denn wort der server let's play welten aber ah oh 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 es tut sich was jetzt drehen sich die ähm bohrer die bohrer ja er geht doch siehst du sei da und bei mir bin ich jetzt komplett überfüllt auf einmal wie überfüllt bohrer bohrer mein inventar ist vorher ich habe die ganzen raketen jetzt glaube ich bei mir in den rucksack endlich oh er verbindet nein doch nicht also hier stand gerade äh soker verbinden ja bei mir auch ja ich stein hier weg habe dann parke ich das ding wieder wow wir wissen das ja alles muss ja nachher gut aussehen wenn wir mit den flugzeugen rausfliegen hubschraubern flugzeugen düsenjäger raumschiffe also das konnte ich jetzt selber nicht mehr in silbern leute ich auch nicht nicht wirklich was ist denn hier los ja du bist der cyberbock heute hier cyberspace aber ernsthaft aber bei mir bist du gerade voll umgegen geknallt ne so leu ich weiß ja nicht aber irgendwie kann ich mein inventar leeren und das ist irgendwie in unserem lager drin obwohl ich noch nicht mal im lager mehr stehe ich stehe hier bei black people ja ja und wie genial ja netter back in wirklichkeit bin ich bestimmt schon tot wer weiß die restlichen raketen sind jetzt auch weg wahrscheinlich habe ich schon längst weg gefräst oder so ja oder hast du mich aufgegessen aber ich pack das ding mal wieder bei mir hat er immer noch die bohrer an so 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 versuch beizutreten irgendwie vergeblich bei mir hast du immer noch diese haltung als ob du gerade bohrst okay okay da bin ich wieder dann lass uns mal in die höhle gehen und ne ja ich kann ja eh nix machen warum na weil 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 du gerade bei mir wieder rum backst hier ich bin schon längst in deiner höhle ne bei mir hebt das schiff wieder ganz normal ab weißt du noch eine folge bei mir ja ja sowas in der art passiert jetzt nur dass das irgendwie witziger ist okay wirst du das schiff wieder ganz normal ab und dann dreht sich das auf einmal extrem schnell im kreis aha und dann ist es wieder ganz normal auf dem boden aha muss ich nicht verstehen ne bei mir bist du noch nicht in der höhle bei mir bist du immer noch oben im schiff drin okay baue ich schon die höhle die ganze zeit weiter aus ich glaube ich werde gleich mal einfach den server neu starten ja wäre glaube ich sinnvoll ja wäre sehr sinnvoll dann wird das heute halt einfach ein bisschen kürzere folge würde ich sagen ja 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 sehe ich auch so dann werde ich gleich mal den black piccolo besuchen gehen und erstmal eins aufs deckel gehen damit er bleibt ich habe doch gar nichts gemacht das war überhaupt nicht meine schuld ja rechner packt das natürlich weiß ja nicht was sie jetzt hier bewegt sich das schiff wieder oben meine war ja heute wieder neues update vielleicht hat irgendwas haben sie damit zerschossen das könnte sein er weiß ja ich will es nicht hoffen aber kann ja alles sein ne habe ich immer noch eine cyber stimme eigentlich ne es geht ok ok gut gut bei mir habe ich immer noch dauerhaft den bohr an der hand ich will den eigentlich los werden was ist denn hier los vorhin das tolle war ich hatte dieses military escort schiff und das hat mich nicht anvisiert gar nicht also hätten wir auch munition und waffen gehabt aber nein ich back hier rum alter das scheiße na gut dann wollen wir die folge doch mal beenden oder warte ganz kurz ich will hier nur noch erheben dass die weg bauen nur ganz kurz ich bin gerade in der sucht verzeihen so also das schiff hebt immer ab wieder nach links nach rechts die bohrer drehen sich noch was ist denn bei dir los alter die übertragung irgendwas mit der übertragung nicht so ganz stimmt würde ich sagen das könnte sein oh jetzt sind die bohrer aus obert jetzt sind wir an oh wie geil jetzt wir an jetzt hebst du ab ey was ist los der server spukt wir werden wir werden die folge jetzt mal beenden und ich hoffe beim nächsten mal ist alles in ordnung haut rein Leute ciao jo ciao ciao